aber baden solltest du mal so gut also traurige Geschichte ich hätte echt warte wir holen uns das da und das da also beides nein ich will das auf ihm egal sei mal schön dankbar Tobi ja danke für den Kohlebarren was ist das obsidian da hat sie gerade echt im Au gemacht ich sollte nicht zu lange in diesem Eisbad bleiben so dann einmal um die insel rum was war das denn da ist es halt ja schon wieder viertel vor acht ne ich freue mich schon ehrlich ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf wenn wir ein bisschen länger streamen können wie der goldene Ding jetzt sinkt natürlich ganz unten ne wäre ganz so zu langweilig so war es das ich dachte da drin wäre es gewesen wie komm ich da rein unter wasser kann ich ja nicht boxen ne doch krass krass das ist mal ne interessante erneuerung das ist geil 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 ja dann fahre ich mal um so klar das klingt jetzt nicht meine Raben das licht finde ich richtig cool aber wieso machen die nur drei oder vier lieder es gibt so viele coole keltische lina oh nein oh nein das machen wir nicht wir gehen mal dahin wir machen das aus folgenden grund nicht weil das ist ja dieser brunnen den wir nicht finden konnten schleichter angriff und verkraft sehr schön was ist da geführt hab ah das war der geführte fall alter diese diese banane deine beherrschung des raubtierbogens erlaubt dir unglaubliche konzessionsschüsse drücke er um die flugbahn des pfeils in der luft anzupassen ist halt schon richtig heftig gift ausweichen ich hatte schon herrngampf kopfschuss ich weiß ehrlich gesagt nicht was wir am anfang am besten fokussieren das haben wir ja schon geplündert haben wir das schon geplündert die werkstatt ja ja aber da sind drei drei goldene dinger warte mal ich fahr mal da mal so vorsichtig vorbei und wenn das wieder gefestigt ist dann können wir das ja nochmal im pländer das ist wirklich wieder bemannt wie können sie es wagen die werden sich jetzt auch denken nein ich geh schon wieder in die schlacht wir hatten sich doch schon mal das ist wie bei erster recht so lobe dich der die piraten au wo bist du ich kann dich nicht sehen ja kommst du runter danke nett von dir extrem freundlich ah der nächste danke ist da noch einer also da kommt jetzt einer ne das ist meiner ok ähm so verdammt uuuh geköpft wie ich habe daneben geschossen hier headshot bye bye so ich soll die kraft gehen kann ich nicht äh A da oben äh wieso habe ich jetzt einen Brand oh cool weil ich ich kann nichts sehen na cool so jetzt habe ich wieder drei Pfeile drei Pfeile sind halt äh oh mal lieb ach tue ach kalt der klettert da hoch dann kann ich dich besser sehen sehr schön die 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 gaga die 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 gaga ach schön Pobi du hast nicht so viele Pfeile dass du einfach so blind rumschießen kannst da sind noch mal Pfeile wer war deshalb mich zu betrachten Oha jetzt sind da Punktschütze warte da ist noch einer sehr schön seid ihr fertig hey lass meine Crew also Headshots zu geben macht schon sehr viel Spaß warte 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 wieso ist ich hab keine keine Pfeile ah haben die Schlüssel das könnte natürlich sein willst du mich verarschen das überlebst du nicht seid gut dringt euch nicht in Gefahr wichtig zu United allez Halt dich nicht auf! Alter! Also der hat schon ein bisschen besseren Schilz, ne? Aber wo waren die denn letztes Mal? Ein Tod mit Ehrenvoll! Hint! Richtig so! Reichtum erhoben. Alter! Rote Maske! Da ist ein Ausrufezeichen! Oh ja ja stimmt! Ey 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 du komm mal her! So! So! Das finde ich ganz cool, dass meine Leute auch sterben können. Also da oben ist hier vorne. Das ist dann ein bisschen ein bisschen äh realistischer. Ich komm schon, ich komm schon. Ja! Ja! So! Ich glaube das war's jetzt. So! Jetzt da oben. Auf dem Schiff glaube ich. So! 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 hier gelb so die musik ist vorbei eisenerz und leder das ist sehr gut da können wir ja jetzt unseren oh wir können unseren bunkel verbessern ähm und unser kirche auch nochmal nice nice gut ähm 7 von 7 das ist halt gar nichts eine milde Jagd so und jetzt ist es immer noch öhh was nein ach so hä wir haben jetzt hier den kompletten reichtum geholt hä was siehst du wow das war ja letztes mal dann wirklich ein krasser fail das war gar nicht irgendwie im brunnen oder so oder ganz unten das war einfach nur wahrscheinlich weil der eine Endboss oder Endgegner da nicht gespawnt ist ja super super nie super hier können wir nicht segeln hier können wir nicht segeln stimmt etwas an da des journalen das war der der in ja das war und ist auch ein interessantes gebiet hier ist auf jeden fall ziemlich groß ich überlege gerade was wir heute noch alles machen also entweder wir fahren dahin und hören dann auf oder wir machen noch das gebiet ich würde faszinieren dieses gebiet noch mal zu machen zusammen mit dem aussichtsposten und danach machen wir dann für heute schluss oh du bist eine frau entschuldigung aber wie ist das denn für ein langes schiff aber wie geil das ist dann ein schiff für das meer ich finde es ja so cool dass die dächer so gemacht sind wie die schiff rümpfe so cool drei rümpfe ein Mann wird kommen und brauen ich kann mich gerne und ich kann mich auch fröhlich sein ich kann mich auch fröhlich sein das ist auch so eine sprache die wirklich was sie da oben sehen ich würde fast ich würde mal denken dass der aussichtspunkt hier ist auf dem dach hier ist ja auch viel zu tun ja doch das ist ja voll die große stadt ich dachte ja das ist ja wir freuen wir mal ich dachte natürlich gleich wieder sofort an zauber und so weiter ich meine die fighten hier hey auseinander hey auseinander na das machen wir nicht hey 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 die 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 Okay, jetzt habe ich sie ganz recht so. Richtig. Ne, danke. So, dann besteigen wir mal die Gute. Also, ich dachte gerade, warum hat sie aufgehört zu gehen. So. Das klingt halt auch echt bescheuert. Fällt mir gerade auf. Also, dieses besteigen wir mal die Gute. Nein. Gut. Diese ganzen Schnitzereien. So cool. Ah. Nee. schön 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 so hier krass sie jetzt runter geht es schlecht recht gut dann nehmen wir das einfach als Zeichen und ich dachte halt das Gebiet wäre winzig klein es ist aber riesig und das verschieben wir dann einfach auf nächstes mal oder bei mir auch ein bisschen dann würde ich eh nächstes mal oder wenn wir weiterspielen würden würde ich eh jetzt neu starten damit es wieder normal läuft aber gut dann speichere ich mal und dann nächstes mal werden wir die ganzen reichtümer hier plündern und dann die quest verfolgen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020